Yo, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TikToks der Woche und mit dabei ist heute Gnu. Hallo, ey, wie lange ist es her? Yo, also es ist wirklich schon sehr, sehr, sehr lange her. Früher haben wir noch zusammen gespielt, jetzt machen wir den Premium Content der Nation und schauen uns wirklich die besten TikToks an. Und ich muss es hier nochmal wieder sagen, die sind kuratiert worden, Gnu, das weißt du vielleicht gar nicht, von einem eigenständigen Gremium, was sich wirklich zusammensetzt, ja, und entscheidet, welche TikToks sind kulturell wertvoll in Deutschland. Und jetzt hat man diese Woche halt diese Entscheidung hier getroffen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt auch voll im TikTok-Game. Ich habe ja vor neun Monaten noch gar kein TikTok gemacht. Oh, okay. Dann habe ich angefangen und jetzt bin ich schon echt drin. Also bei mir werden immer nur oberkörperfreie Männer gezeigt, Gaming-Content und Hunde. Ja, dann gucken wir mal ganz gut auf deinen TikTok-Kanal. Nein, aber nur, wenn ich quasi nach was suche, nicht meiner. Digga, was sind das für Beine? Hallo? Ey, hallo, wie krass. Aber guck mal das Ende an. Also habe ich mir einen Homegym geholt, weil ich so hässlich bin. Wir fangen an, let's go. Okay, ich bin gespannt. Zange nicht auf, die Pfanne legen, das ist Plastik. Ja, aber... Oh, ja, ich lege es ja so hin. Das hat ja keinen Kontakt, verstehst du? Und da ist ja eh nicht warm, ich kann es prüfen. Guck. Das kenne ich. Guck. Das hatte ich erst gestern. Das ist Eierbrot, kennst du das? Ja, ja, so armer Ritter, ne? Ja, das ist geil. Kennst du auch Hugo, ja, ne? Nee. Let's Hugo, der Streamer. Naja, ist egal, damit muss er reden. Aber er kennt mich wahrscheinlich auch nicht. Leute, habt ihr gesehen? Max? Max? Hä? Siehst du das? Sein Arsch? Was ist der denn da? Ich gucke an deinen Arsch. Was? Ach, er zeigt seinen Arsch. Guck mal da. Guck mal. Hä? Du, der sieht aus wie ein Onlyfans-Shooting. Hä? Okay, aber ganz ehrlich, als Frau wärst du raus, ne? Ja, natürlich, aber als Kerl kann man da nur applaudieren. Muss man sagen, sieht gut aus, Max. Aber er hat einen ganz schönen Knackarsch, obwohl er liegt, ne? Ja, hier mal eins in den Kommentaren, wenn ihr gerne euer Gesicht in Trimax... Ach, egal. Oh Gott, ich hasse dich. Oh, oh, was verdammt das denn? Oh, mein Gott. Oh, schrecklich, oh Gott, Mann. Dieser Sound dabei, wie schrecklich. Wer macht denn sowas? Nicht mal für einen TikTok, Junge, hä? Oh, feste Licht. Oh, scheiße, Mann. Wenn man sich nackt im Spiegel betrachtet. Oh Gott, ja. Warum ist das nicht länger, das Ding? Wenigstens bis hier? Also wenigstens doppelt so lange. Denk ich bei meiner Kut auch immer. Viel dicker. Jasmin, ja, genug. Warum? Warum musst du das sagen? Warum? Nee, klar, perfekt. Nee, super. Ach so, ja, der ist da. Ey, das ist voll geil. Guck mal, das löst dich so auf. Hä, aber ist das in Wasser reingeschwitten? Das ist übertrieben satisfying. Zu sehen, wie sich diese Dinger auflösen. Das ist nicht mehr satisfying. Findest du nicht? Doch, ich fand das voll geil. Ist das nicht animiert? Nein, das ist eine Makroaufnahme. Na klar, ist das animiert. Das heißt, Makrofying. Das ist eine Makroaufnahme. Guck mal, die machen so, die haben Makroaufnahmen von so Sachen. Ganz nah. Mit so einem kranken Objektiv. Das will ich jetzt nochmal sehen. Oh, das ist, glaube ich, satisfying. Hä, aber das ist doch... Nein, 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 nein. Es gibt so kranke Zoom-Objektive. Wirklich. Die in Zeitlupe und sowas auch aufnehmen können. Guck mal, wie geil. Das ist wirklich satisfying. Und genau sowas habe ich am Arsch. Die Herpes also. Genau. Okay. Hä? Hä? Ach, wie geil. Der hat sich da einfach die Oktopus-Tentakeln in ein bisschen zu viel Hentai geschaut. Oder er ist halt einfach ein Oktopus. Er ist ein Oktopus. Wir wissen es nicht. Oh, das ist geil. Das Game ist richtig geil. Soda Smash. Hey, was hat der da? Warte mal, ich hoffe, das kann ich sehen. Was hat der da gemacht? Guck mal, guck mal, seine Facecam. Ha, wie geil. Das war richtig gut. Das ist so krass. Das ist so funny. Das ist voll die gute Idee, ey. Oh mein Gott. Unsere Zeit. Was? Was ist das? Was ist das? Ey, was ist das? Das ist voll der Fisch über Traum. Guck mal, dieses Kostüm. Das war doch richtig süß eigentlich, ey. Das sieht aus wie ein Schwanz. Hä? Nein. Natürlich sieht das aus wie ein Kostüm. Guck mal. Das ist doch kein Kostüm. Hier, wie du als Ausländer eine neue Funktion bei iOS 16 und rechts. Nein, das darf man. Das ist, ey. Ey, Bruder, nein, ey. Ey, hallo. Das ist ein Erika-Mustermann-Gabler-Geil, ey. Sehr egal. Ey, weißt du, was mir immer wieder passiert? Es glaubt mir aber keiner. Wenn ich meine Brille aufhabe oder morgen ungeschminkt bin, dann erkennt mein Handy mein Gesicht nicht. Oh mein Gott. Ja, der Make-up, ne? Ja. Die Wahrheit über Gnu hier an der Stelle einmal. Ja, das sagt immer, nö, Gesicht nicht erkannt. Die war voll der Front vom Handy. Was soll denn das? Kranke Beleidigung, Exidy. Ich hab's gelernt, damit zu leben. Niemand? Ja. Dein emotionsloser Bro. Das bist dann du, oder? Ja. Wohl, dass ich den Engel verwende. Ich schwör, ich bin wirklich manchmal so emotional froh. Mir können Leute so schlimme Sachen sagen und ich sag's so. Ach so. Naja, okay. Und, äh, es wird sowas verbinden. Ich weiß gar nicht, ob man, das sind alles halt gebannte Leute. I don't know, ob das jetzt alles so Dings ist, aber. Oh. Oh, voller Häusch, Greg. Was ist das für ein Game im Hintergrund? Was ist das? Fapping-Simulator? Hör mal. Wahrscheinlich deswegen auch die Stimme, ne? Weil er kann was anderes machen. Er kann nicht anders. Er hat so ein Gericht. Ach, ich will gar kein Kopfkino machen. Guck mal, ihr denkt, ihr habt einen scheiß Arbeitstag. Checkt das aus. Ganz normal. Super extra. Was stimmt das? Ach so, das sind die, oh mein Gott. Ah, das fühlt sich bestimmt aber toll an, oder? Ja, aber es ist trotzdem halt super nervig, das wieder aufzusammeln, ne? Das würde ich auch liegen lassen. Das ist ja so scheiße. Das ist ja so scheiße. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Oh. Guys, 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 hold up, hold up, hold up, hold up, hold up, stop, 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 stop. I'm a potato. Das ist einfach nur so horrende, wey. Ich liebe den Guy, ich liebe ihn. Ich liebe Andrew, wie heißt der, Eric Andrew, Eric Andrew. Anstatt zu sagen, ich bin ein Arzt, I'm a dog, I'm a potato. Ich habe ganz oft so Träume, wo so super viele random Charaktere miteinander vermischt werden und ich so wirklich nur dabei zugucke, wie die Singer machen, das heißt, ich erlebe gar nichts, sondern die machen Sachen und ich stehe die ganze Zeit nur dabei und gucke. Du bist einfach Beobachter. Das ist so ganz weird irgendwie, ganz weird, keine Ahnung. Oh, nein. War das eine Fledermaus oder ein Vogel? Ich glaube eine Fledermaus. Da muss man auch sagen, selber schuld, ne? Ich kenne doch dein Gesicht, wir haben doch schon irgendeine negative Auseinandersetzung gehabt. Krass, ich bin wegen dir gekündigt worden. Ich habe doch unter das Interview mit dir auf der Gamescom gemacht. An dem Wochenende war ich krank geschrieben, das hat meine Geschäftszeitung gesehen. Aber du wolltest ja ein Interview mit mir machen. Was? Du wurdest gekündigt wegen des Interviews. Aber ich habe sowieso schon gekündigt, ich habe mich nur noch einen Monat früher ganz berufen. Ja, ihr habt es gesehen? Ich habe mit ihm ein volles schöne Interview gemacht und er sagt, er wurde deswegen gekündigt. Was ist das denn? Aber wurde er gekündigt, weil er mit ihm gerade Interview gemacht hat oder weil im Interview irgendwas stattgefunden ist? Weil er sich krank geschrieben hat, glaube ich. Oh, kacke. Man hätte es gestern in meiner Insta-Story, es wirkte so, als wäre sie drei Jahre alt, aber tatsächlich ist sie nicht so alt. Was? Was? Sie ist älter. Sie ist sechs. Hä? Hä? Dann ist sie eins. Aber er sieht so handsome aus mit seinem Bart und seinen Haaren. Kevin wird erwachsen. Ich finde, Kevin ist übertrieben hässlich. Warum sagst du das? Ich gemeine, du bist eh. Nein, Spaß. Kevin ist ein Cutie-Boy. Ich habe immer den Deckel auf der Friteuse, ne? Und ich stand hier gerade und meine fucking Krokette ist einfach explodiert. Oh mein Gott. Digga, Albtraum. Aber da möchte ich den Sound-Effekt drunter haben, bitte. Am besten, im besten Fall sowas. Okay, Minecraft bist du gar nicht drin, ne? Doch, Pasti hat es mir beigebracht. Ich bin schon ein bisschen into it. Das ist aber falsch, ne? Hä? 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 Ich habe den Schluss geeditet. Oh, geil. Was ist das für ein Hund? Da würde ich auch reingehen. Oh, 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 okay. Wenn du einsam bist. Ey, mach dein Ding, Bro, mach dein Ding. Hä? Manchmal checke ich wirklich nicht, was da abgeht, ne? Ich auch nicht, aber was steht denn in den Text? Sie haben Sujuks und dann, er will halt immer die geilen Sachen haben, glaube ich, ne? Guck mal, er ist ein richtiger Scammer. Oh, jetzt nimmt er seinen Kopf und... Wieso hat denn das 130.000 Likes? Ich glaube, das liegt an der Sprache, die wir nicht verstehen, oder? Was steht denn drunter? Die Kommentare sind immer gut. Was sagen denn die Leute in den Kommentaren? Outstanding. Outstanding. Outstanding, super. Ich verstehe es nicht. Ich checke es nicht. Leute, das waren die feinesten und besten kuratiertesten TikTok der ganzen Woche mit Gnu heute am Start. Checkt unbedingt ihren Kanal aus, da könnt ihr, äh, äh... Gar nichts tun. Beschreibt uns auf jeden Fall den letzten TikTok. Ich habe ihn nicht verstanden. Wichtig und richtig. Übersetzt es uns. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hade rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.